Der November ist ja nun auch schon wieder ein bisschen her und ich blicke jetzt nochmal auf eure Top-Wohns im Monat November 2023, also was bei euch die beliebtesten Brettspiele im November waren, denn ihr könnt ja auf abenteuer-brettspiel.de auf diversen Seiten und in diversen Artikeln auf so ein kleines Herz bei Brettspielen klicken und damit eure Stimme für ein Brettspiel abgeben. Sei es, weil ihr es toll findet, weil ihr es schon gespielt habt, weil es zu euren Lieblingsspielen gehört oder zum Beispiel angekündigten Spielen, weil ihr euch sehr darauf freut. Also einfach so Spiele, die für euch ganz besonders sind, könnt ihr euren Like dort abgeben und die Top-10-Votes im Monat November, die möchte ich jetzt vorstellen und da sind auf den ersten Plätzen, also Platz 10 bis 6, sind Spiele gelandet, die alle 7 Stimmen bekommen haben. Die gehe ich jetzt auch mal durch. Das ist zum einen Cascadia von Randy Flynn und Grafikerin Beth Sobel bei BGG in Rating von 8,0 von 10. BGG Rang 46. 1 bis 4 Personen spielen nach 30 bis 45 Minuten. Und es ist ein sehr schönes Legespiel, wo wir halt Plättchen draften zusammen mit Tier-Token und dann unsere eigene Landschaft legen, um eine Landschaftswertung zu, ja, viele Punkte zu machen. Aber auch diese Tier-Token so platzieren müssen, dass wir für die verschiedenen Tierwertungen möglichst viele Punkte bekommen. Ein sehr, sehr schönes Legespiel, wo jetzt auch die Landmarks-Erweiterung erschienen ist. Cascadia hier mit 7 Stimmen. Ich sag mal auf Platz 10, aber wie gesagt, Plätze 10 bis 6, alle 7 Punkte oder 7 Stimmen bekommen. Auf Platz 9 haben wir Dorfromantik, das Brettspiel. Das Spiel des Jahres 2023 für 1 bis 6 Personen ab 8 Jahren. 30 bis 60 Minuten dauert hier eine Partie und wir spielen halt so eine Kampagne durch, in der immer mehr dazukommt. Und wir müssen halt die Plättchen so legen zu einer Landschaft, dass wir Aufgaben auf diesen Plättchen möglichst optimal erfüllen und Punkte bekommen. Autoren sind Michael Palm, Lukas Sach, Grafiker Paul Riebe, 7,7 von 10 bei BGG und bei BGG schon Rang 741 und weiter am Klettern. Und wie gesagt, von euch auch 7 Stimmen im November bekommen. Ebenso wie St. Petersburg, und das ist ein bisschen überraschend, St. Petersburg von Hans im Glück, ein Spiel von 2004. Also wirklich schon ein älteres Spiel. Autor Bernd Brunnenhofer, Grafiker Doris Matthäus, 7,3 von 10 bei BGG. Immerhin Rang 397, was für ein fast 20 Jahre altes Spiel wirklich sehr, sehr gut ist. Zwei bis vier Personen, 45 bis 60 Minuten dauert hier eine Partie und ist ab 10 Jahren angegeben. Und es ist mehr oder weniger ein Kartenspiel, wo wir Handwerker und Artige anheuern, die uns bestimmte Aktionen bieten, um St. Petersburg weiter auszubauen. Allerdings ist hier immer Geldknappheit so ein Thema, das man sehr gut planen, auch die Karten sehr gut kennen und dann ist es wirklich ein spannendes Kartenspiel. Und die Gestaltung finde ich eigentlich auch ganz interessant. Also St. Petersburg, bin ich sehr erstaunt, 7 Stimmen hier im November bekommen. Ebenfalls 7 Stimmen, Ticket to Ride, also Zug um Zug, der Klassiker, das erste Spiel von Days of Wonder. Und Zug um Zug ist wirklich ein sehr, sehr gutes Gateway-Game, immer noch. Es gibt ja viele Nachfolger und Zug um Zug Europa gefällt mir auch einen Tick besser. Aber auch Zug um Zug ist einfach wegen dem Setting in den USA auch eines meiner Lieblingsspiele. Und wir holen uns halt Karten, wenn wir dran sind und können dann per Set Collection, indem wir halt gleiche Waggons abgeben, Strecken bauen und dort unsere Waggons hinstellen. Und so versuchen wir halt Ziele zu verbinden. Dafür bekommen wir Punkte, versuchen aber auch Aufgabenkarten zu erfüllen, Zielkarten, die uns nochmal Bonuspunkte bringen und ist halt Spiel des Jahres 2004 geworden. Wirklich ein tolles Familienspiel. Zug um Zug von Alan Amun. Grafiker Cyril Dejean, Juen Deval und 7,4 von 10 bei BGG und der Rang 229. Auch immer noch so gut. Zwei bis fünf Personen spielen, also ab acht Jahren spielen 30 bis 60 Minuten. Zug um Zug bei euch mit sieben Stimmen hier auf Platz sieben im November. Und ebenfalls sieben Stimmen hat Funkenschlag bekommen von 2F-Spiele. Der Autor Friedemann Friese, wie ja, von allen Spielen, die bei 2F-Spiele erscheinen. Grafikerinnen gibt es einige, wie Domonkos, Benche, Antonio Odessi, Lars Arne, Kaluski und mehr. Und das BGG-Rating mit 7,8 von 10, wirklich sehr gut. Board Game Geek Rank 60, also wirklich hier auch in der Top 100. Das erfolgreichste Spiel von 2F-Spiele. Zwei bis sechs Personen spielen ja 120 Minuten. Und wir bauen ein Netzwerk aus Stromleitungen aus. Es gibt auch mittlerweile sehr viele Spielpläne dafür, sodass man unterschiedlich große, unterschiedliche Nationen, Länder spielen kann. Und holen dafür aber auch Kraftwerke, wo es einen sehr interessanten Beat-Mechanismus dafür gibt. Und das ist wirklich zeitlos das Spiel. Also Funkenschlag, wirklich ein tolles Spiel. immer noch von 2004, also auch hier fast 20 Jahre alt, von euch sieben Stimmen bekommen. Und dann steigt die Zahl der Stimmen. Und zwar haben wir neun Stimmen für Galactic Cruise von Kinson Key Games. Soll 2024 erscheinen, ist also noch gar nicht erschienen. Es ist ein Spiel, was ich mir als Prototyp auf der Spiele in Essen genauer anschauen konnte. Alle Autoren sind T.K. King, Dennis Northcutt und Colton Thompson. Ist von Grafiker Ian O'Toole gestaltet. Sieht also schon mal sehr toll aus. Und ist ein Spiel für 1 bis 4 Personen. 90 bis 150 Minuten ab 14 Jahren. Also wird in die Richtung Expertenspiel gehen. Und ist wirklich ein komplexes Eurogame. Und ich finde es aber thematisch einerseits toll, denn wir bauen Raumschiffe, in denen wir, ja, wohlhabende Touristen auf Weltraumkreuzfahrten sozusagen mitnehmen. Wir haben hier Multi-Use-Cards. Wir haben Drafting, Set Collection, Worker Placement und noch mehr Mechaniken drin. Also es ist ein sehr komplexes Spiel, was toll aussieht, was viele Möglichkeiten bietet. Und wie gesagt, Thema, Gestaltung, aber auch Mechaniken spreche ich mich sehr an. Deswegen freue ich mich selber sehr auf Galactic Cruise. Und ihr offensichtlich auch mit neun Stimmen. Zehn Stimmen hat dann auf Platz 4 Civilution bekommen. Und ja, hier haben wir ein sehr interessantes Setting, denn es geht in eine Simulation. Und wir sind in einer Simulation und müssen unsere eigene Zivilisation entwickeln. An einer Akademie sind wir da und entwickeln dann unsere eigene Zivilisation. Erforschen dabei auch ein Tech Tree. Und es gibt hier Drafting und andere Mechaniken. Es ist ein komplexes Spiel von Stefan Feld. Und das ist natürlich sehr spannend bei Deep Print Games. Auch ein toller Verlag, der sehr schöne Spiele in den letzten Jahren rausgebracht hat. Und hier bin ich auch sehr gespannt drauf, wie Civilution wird. Zumal Viktor Koppilke auch mit beteiligt ist als Redakteur. Und da kann es eigentlich auch nur gut werden, spielerisch. Grafik aus Dennis Lohausen. 7,9 von 10. Gut, die Bewertung ist natürlich noch Quatsch, weil das Spiel noch nicht erschienen ist. Aber 1 bis 4 Personen spielen ja, die ab 14 Jahren spielen ja 90 bis 180 Minuten. Also wirklich auch ein sehr komplexes Stefan Feld Spiel. Und ja, ich mag das Thema. Ich mag grundsätzlich Stefan Feld. Ja, nicht jedes Spiel von ihm finde ich super, aber schaue ich mir auf jeden Fall an. Von daher Civilution 2024 ein Spiel, auf das ich mich sehr freue. Dann, ja, ein Spiel, was ja Kennerspiel des Jahres 2023 geworden ist, nämlich Planet Anon und sehr viele Fans hat, bekommt eine Erweiterung. Und zwar in den Namen Supermoon bei Stroman Games 2024. Und Autoren sind Ryan Lambert und Adam Rayberg. Grafiker James Churchill und Ioma. 1 bis 6 Personen, 65 bis 80 Minuten ab 10 Jahren. Also diese Zahlen sind ja natürlich bekannt. Aber natürlich die 11 Stimmen für Planet Anon und Supermoon liegen sicherlich daran, dass es hier einfach neue Supermonde gibt. 6 neue Supermonde, 4 Planetenteile neue, 6 oder neue Satelliten, neue Konzerne und mehr. Also es gibt wirklich viel mehr, das dieses Spiel nochmal auf eine andere Ebene hebt und mehr Möglichkeiten bietet. Es gibt zum Beispiel 16 Meilensteine neue. Es gibt neue Eventkarten. Also Supermoon bringt ja wirklich viel Abwechslung und viele neue Möglichkeiten rein. Und ja, wer Fan des Grundspiels Planet Anon ist, der sollte sich die Erweiterung Supermoon dann nächstes Jahr auf jeden Fall mal anschauen. Auf Platz 2 haben wir auch eine Erweiterung. Erstaunlich, ne? Erweiterung ja weit vorne dieses Jahr bei euch. Oder diesen Monat im November weit vorne bei euch. Nämlich Gaia Project Portals. Was sehr spannend ist, denn nach vielen, vielen Jahren, ich glaube 2015, ist Gaia Project erschienen. Dann kommt dann nächstes Jahr eine Erweiterung bei Feuerlandspiele. Wieder von Jens Tröge-Müller und Helge Ostertag. Und 1 bis 4 Personen, 60 bis 150 Minuten ab 12 Jahren. Und in Gaia Project Portals gibt es für diesen Terramystiker-Nachfolger vier neue Fraktionen. Es gibt neue Sektoren. Wir haben ja ein modulares Spielfeld. Es gibt Portale, die uns dann erlauben, auch Sachen wahrscheinlich schneller irgendwelche Entfernungen zurückzulegen. Wir haben vor allem neue Technologien. Es gibt ja diesen großen Technologie-Track und diese verschiedenen Tech-Leisten. Da gibt es neue Technologien. Also eine Menge Erweiterungen, die ja dazukommen, die das Spiel abwechselreicher machen, die neue Möglichkeiten reinbringen. Und da ich selber Gaia Project sehr mag und hier aktuell ja auch an einem Brettspiel-Duell abstimmen können zwischen Terramystiker und Gaia Project, freue ich mich auch sehr auf die Erweiterung Portals im nächsten Jahr. Und auf Platz 1 mit 14 Stimmen haben wir, ja, Planet Anon eben noch die Erweiterung vorgestellt, die nächstes Jahr kommt. Jetzt das Kennerspiel des Jahres 2023, Planet Anon. 14 Stimmen von euch bekommen von Ryan Lampert und Aaron Rayberg. Grafiker Yoma, 7,9 von 10, auch eine sehr gute Bewertung. Und schon auf Platz 211 bei BGG, also auch hier für so ein neues Spiel, schon weit vorn. Und ja, Planet Anon, auch schon viel dazu gesagt. Es gibt 144 einzigartige Tetris-artige Plättchen, die wir nach und nach auf unserem Planeten legen, um den zu erkunden. Sind mit unseren Rovern unterwegs, müssen in verschiedenen Leisten bei verschiedenen Dingen nach oben klettern, bekommen wieder Boni, erreichen Meilensteine, müssen Zielkarten erfüllen. Also ein sehr interessantes, gehobenes Kennerspiel mit viel Abwechslung. Planet Anon bei euch auf Platz 1. Der beliebtesten Spiele im Monat November mit 14 Stimmen. Ja, das war meine Top 10 der beliebtesten Spiele im Monat November. Und ihr könnt natürlich auch im Dezember wieder fleißig abstimmen. Und dann kommt Anfang nächsten Jahres dann nicht nur der Rückblick auf den Dezember, sondern natürlich auch die Top 10 des Jahres 2023. Bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020